Einleitung Ja Leute, die meisten von uns, die denken ja tatsächlich, dass Pong das erste Videospiel der Welt gewesen sei, aber das ist nicht ganz richtig, denn schon Mitte der 50er Jahre experimentierten ganz viele Physiker in den US-amerikanischen Universitäten mit Oszillos. Grafen herum, wie man die beeinflussen kann und wie auch immer und auf jeden Fall hat William Higginbotham 1958 ein Spiel damit entwickelt und das hieß Tennis for Two, das war auch wirklich von der Erdanziehungskraft beeinflusst, man konnte damit zwei Drehreglern, eine kleine Lichtkugel über einen Lichtstrich hin und her bewegen, das war halt wie, als wenn man Tennis von der Seite betrachtet, ein 2D-Spiel im Endeffekt. Zehn Jahre später schusterte dann Ralph Bares die erste Videokonsole schon zusammen, die erste Konsole überhaupt und wurde unter dem Namen Magnifox Odyssey verkauft. Arbeitsspeicher und CPU waren noch Fremdwörter, die befanden sich noch in Entwicklung und diese Konsole setzte auf 40 Transistoren, mit denen man Lichtpunkte auf die Glotze projizieren konnte im Endeffekt. Damit dieser Lichtpunkt irgendwie in ein Spiel reinkommt, musste man eine Plastikfolie auf den Fernseher kleben. Das heißt, welches Spiel möchte ich heute spielen, Hockey, Tennis, Fußball, wie auch immer, alles klar, ich suche die richtige Folie fürs richtige Spiel aus, klebe die auf die Glotze und dann bewege ich mit meinen Drehreglern, wie beim Tennis for Two, die Lichtpunkte nach oben und unten, links und rechts. Also eigentlich konnte man nur die Position verändern. Scoresysteme gab es auch noch nicht, das musste alles noch mit Zettel und Stift geregelt werden. Wie gesagt, gerade schon unter den Spielen befand sich auch Hockey und Tennis, je nachdem, welche Folie man halt ausgesucht hat und dieses Spielprinzip ähnelte auf jeden Fall dem von Pong. In den 70er Jahren programmierte dann nämlich Atari-Gründer Nolan Bushnell eine weiterentwickelte Version von diesem Spiel und nannte das dann tatsächlich Pong und vermarktete das auch. Es war jetzt möglich, dass wenn der Pixel in der Mitte auf diesen Schläger getroffen ist, dass das dann halt im richtigen Winkel abprallt und so weiter, war auf jeden Fall eine Revolution. Und er stellte überall in den Städten Münchspielautomaten auf, also das heißt in Kinos, Malls und wie auch immer, damit die ganzen Kinder da ihr Taschengeld reinwichsen können. Und das ging richtig voran, ne? Den Kindern und den Erwachsenen und allen Leuten in Bars ist der Arsch auseinandergeplatzt. Sowas hat man halt noch nicht gesehen, es gab ein richtiges Scoresystem, man konnte nachvollziehen, wer den Punkt macht und man konnte sich an diesen Dingern halt betteln. Ähm, es war ein riesen Erfolg, bis dann Atari-Gründer Nolan Bushnell Atari gründete und Pong auch als Konsole herausbrachte, halt für den Haushalt zu Hause. Ich glaube, die Chips haben um die 10 Dollar gekostet und die Konsole hat er einfach mal dreisterweise für 100 Dollar vercheckt. Also eine riesen Gewinnspanne. Da lassen natürlich Dritthersteller nicht lange auf sich warten und hauen Pong-Fake-Konsolen raus. Jeder will ein Stückchen von Kuchen abhaben, überall wo man hingesehen hat, gab es nur noch Call of the... äh, Pong. Überall wo man hingesehen hat, gab es nur noch dieses Spiel- beziehungsweise die Konsolen und der Markt ist zusammengebrochen. Der Markt war komplett übersättigt mit Pong-Konsolen und damit war auf jeden Fall dann irgendwann nichts mehr zu holen. Das hat dann ganz lange gedauert und zwar bis, ähm, in die 80er Jahre rein, als dann Abhilfe aus Japan gekommen ist mit dem NES, also dem Nintendo Entertainment System. Die haben für Abhilfe gesorgt. Hier und da konnte man dann mal wieder die Konsolen in den USA verkaufen. Ich glaube, 50.000 Stück haben sie zum Weihnachtsgeschäft Mitte der 80er Jahre dort verkaufen können. Und der richtige Erfolg kam dann tatsächlich erst, als der Klempner aus einem Abflussrohr geklettert kam. Super Mario hat das Licht der Welt erblicken dürfen. Ähm, das war dann Mitte der 80er Jahre. Das übertraf alles an der Komplexität, ne, man konnte jetzt Schildkröten töten und was auch immer. Man konnte ein bisschen rumhüpfen. Es gab halt eine halbwegs gute Story in diesem Spiel. Das war der Wahnsinn, muss man halt echt so sagen, ne. Und da komme ich dann auch ins Spiel. Ich bin dann 1987 geboren, ähm, beziehungsweise auch aus einem Abflussrohr kam ich gekrochen. Mutierte dann auch ziemlich schnell zu einem dieser Gameboy-Kids. Diesen grauen Backstein, da kann ich mich noch gut erinnern. Der wurde 1989 veröffentlicht. War mit, ja, war, war, war der erste Handheld überhaupt. Ich hatte das Ding mit immer in der Schule, in der Pause immer ordentlich gesuchtet. Gut, mit dem Ding konntest du auch dann perfekt die anderen Kids dann auf dem Schulhof verprügeln, ne. War halt ein richtiger Backstein, ne, ein Klotz. Und wenn die Batterien drin waren, dann hatte der auch schon gut Gewicht. Ähm, dann mit dem Super NES und dem Sega Mega Drive verbesserte man die Konsolen dann das erste Mal in puncto Sound und Grafik. Das war dann, ähm, lass mich lügen, Anfang der 90er Jahre. Da konnte man sich dann auch dann langsam so in den 90er Jahren dann auch mal auf ein einheitliches Speichermedium einigen. Nachdem man noch den, äh, die Playstation 1 veröffentlicht hat und den, ähm, Super Nintendo, äh, Super Nintendo, Nintendo 64. Und, ja, das waren dann halt auch schon wieder, ähm, das war der nächste Schritt. Da musste man die Leute dann wieder an die Grenzen ihres Verstandes katapultieren. 3D-Polygone waren die neuen 2D, ähm, Pixel. Sony warf dann, wie gesagt, seine Playstation, Sega, einen ganzen Planeten, den, äh, Sega, Saturn und Nintendo eine Zahl. Und zwar die 64 auf den Markt, die ersten 3D-Konsolen. Denn Nintendo 64 hatte noch Steckmodule. Wie ich grad schon gesagt hab, danach kam das dann halt mit CD-ROM und dicht gefolgt von DVD. Und ich weiß noch, leck mich am Arsch, ey. Wie ich damals die Playstation 1, ähm, wohlgemerkt zu Weihnachten bekommen habe, mir ist der Arsch zerplatzt. Und ich hab mich so gefreut, ich hab das Ding auseinandergerissen und hab diese Konsole abgeküsst. Und dann hab ich erstmal Tekken reingeworfen. Und, ja, da ging's mit strammen Schritten aufs Millennium zu. Ich dachte, lang dauert's nicht mehr, dann können auch Autos fliegen ohne Scheiß. Ich dachte, boah, der, der große Stromausfall wird jetzt erstmal kommen, die Welt wird untergehen und danach wird alles anders. Dann kriegen wir auch Hoverboards, endlich. Und, ja, zur, zur Millennium kam dann die Playstation 2, die, äh, Nintendo Gamecube und dann zu allerletzt die Xbox. Das war dann 2000, 2001 und 2002 ungefähr. Ähm, wohl am meisten verbreitet von den Konsolen waren dann die Playstation 2. Die war auch abwärtskompatibel noch mit der Playstation 1. Ähm, die wurde ja auch erst vor kurzem eingestellt, die Produktion. Also, die hat sich sehr lange gehalten. Und dann 2005 erschien dann die Xbox 360. Ein richtiges Grafikbrett zu seiner Zeit. Dicht gefolgt von der Wii und der Playstation 3, die wir heute ja noch tatsächlich in, ähm, unserem Hauptquartier hier zu Hause rumstehen haben. Und da fällt mir eine ganz lustige Geschichte ein, nämlich 2005, Heiligabend, ähm, saß ich bei meinem Kollegen MasterCenet im Videospielkellerraum. Gerade war die Xbox 360 im November veröffentlicht worden und er hatte das Spiel King Kong für die Xbox 360. Wir haben das diese Nacht durchgesuchtet und ich muss sagen, mir ist die Grütze im Kopf weichgekocht worden. Ich dachte, was ist das? Wollen die mich eigentlich verarschen? Das ist ja Fotorealismus pur, besser kann es überhaupt nicht aussehen. Wo soll das alles noch hinführen? Worauf ich aber eigentlich hinaus will ist, dass die Konsolengeneration, die aktuelle, schon 8 Jahre alt ist, die Spiele vom Anfang mittlerweile aussehen wie absolute Scheiße. Heißt, die Konsole hat sich in der ganzen Zeit weiterentwickelt. So, und jetzt bin ich natürlich gespannt, was mit der Next Generation auf uns zukommt. Die Spiele, die wir jetzt sehen, beziehungsweise das Gameplay-Material, das sieht schon awesome aus. Es ist einfach so, die Partikeleffekte sind einfach genial und es scheint so, als werden die Spielwelten immer größer. Aber, das wird nicht alles gewesen sein. Auch diese Konsole wird sich über die nächsten Jahre weiterentwickeln. Anstatt einfach eine neue Generation rauszuhauen, werden die Entwickler das letzte bisschen Performance aus diesem Ding wieder rausholen. Und die Spiele, die wir zum Schluss zu Gesicht bekommen werden, die werden... Mua, Leute. Und an dieser Stelle seid ihr jetzt gefragt, was müsste auf uns zukommen, damit ihr den Pong-Effekt habt? Damit euch die Kinnlade runtergerissen wird und euch der Arsch zerplatzt, ihr aus allen Wolken fallt und aus den Schuhen gerissen werdet? Das schreibt ihr jetzt bitte mal in die Kommentare. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn hier rege Beteiligung herrschen wird. Ja, und an dieser Stelle möchte ich mich auch schon für abscheuen. Hoffe, euch hat das Video gefallen. Und bis nächste Woche. Haut rein, Leute. Tschüssi Kowski.